Hey Leute, willkommen heute zu einem weiteren, beziehungsweise zu dem ersten Star Wars Lego-Auspack-Video, ich weiß nicht wie ich es nennen werde. Ja, wir haben hier einen 104. Wolfsrudel-Soldaten von Angriffsbattern, von Commander Wolf. Und da habe ich mir ein Set geholt mit 20 Klonen drauf, also mit dabei. Und Commander Wolf zusammen, also halt 21. Und den packen wir heute zusammen aus. Ich nehme jetzt mit meinem richtigen Mikrofon auf und mit der Kamera. Ich hoffe, dass ich das hier richtig mache. Genau, den packen wir heute mal aus, extra fürs Video. Habe ich eins offen gelassen, das heißt wir haben nur einen Versuch. Und, ja, so. Da habe ich gerade aus. Also quasi Wolfsrudel-Clone-Trooper, Kopf ist schon drauf, Füße auch. Ich kippe das einfach mal alles hier aus. Ich habe da extra eine Lego-Platze gemacht mit so einem kleinen Baumhintergrund, mehr habe ich leider nicht. Und, ja, so, das haben wir erstmal eine Platze, wo man halt was aufstellen kann. So, hier haben wir den Clone-Trooper an sich. Aber müssen wir dran machen, das geht ziemlich schwer. Das weiß ich noch. So, einmal das dran. Ich hoffe, dass auf dem Lichtverhältnis alles klar geht. Ich habe da extra eine Lampe aufgestellt, damit man alles vernünftig sieht. Schatten, okay. Also, da ist es hingeflohen. So, man sieht halt, das geht ziemlich schwer rein. Also, es ist anders als bei Lego, muss man sagen. Ist alles ein bisschen fester. So, ich muss das mal kurz out of camera machen mit den Armen. Ähm, weil sonst haue ich hier noch die Sachen weg. So, da haben wir sie, die Figur. Erstmal ohne Helm, ohne Waffe. Ähm, man sieht halt schon einen kleinen Fehler. Und zwar, alle, ähm, ne, alle Zahnfiguren sehen halt genauso aus, ne. Das ist halt so ganz cool für Stop-Motion. Wenn man halt, ähm, wenn man halt einen Film machen möchte mit Lego oder so und dann eine gute Sammlung haben möchte, kann man halt, ähm, das da kaufen. Das hat halt, ach, wie viel hat es gekostet? 15 bis 20 Euro, es kommt immer ganz drauf an. Ähm, manchmal gibt es halt Angebote. Das habe ich ganz einfach auf Ebay gefunden. Und, ähm, hier fokussiert es nochmal. Also, hier seht ihr, das ist die Figur. Aber einen Fehler gibt es und zwar, das ist halt nicht Commander Wolf. Das ist ein ganz normaler Clone Trooper. Und die haben alle, die haben alle dieses Wolfsgesicht. Da, da haben wir es. Die haben alle dieses, ähm, Wolfsgesicht, also Wolfsgesicht, äh, in dem sie das, äh, blinde Auge haben, ne. Beziehungsweise das Robo-Auge mit dem Cut hier drin. Und ich denke mal einfach, diese Firma hat halt nicht so viel Plan von, ähm, Star Wars und der Geschichte und so weiter. Deswegen haben sie dann einfach Figuren erstellt so. Und, ähm, ja, ne. Haben halt wahrscheinlich nicht so viel Plan davon gehabt. Und deswegen haben sie dann da überall den Wolf-Kopf quasi drauf gemacht. Und lustigerweise bei Wolf selber haben die einen ganz normalen Kopf dabei gemacht. Ne. Auch ziemlich interessant. So. Hier haben wir die Figur. Waffe. Kann man halt hier noch drauf packen, das Teil. Helm. Zack. Und hier die Waffe, wie ihr auch erkennt, ist halt die Waffe von Mandalorian, ne, von der Mandalorian. Die, ähm, Sniper, ne, von Din. Und die hat halt auch quasi jeder. Aber an sich eine ziemlich coole Figur, wenn man so sieht. Helm, gefällt mir, mega Design, ist echt cool. Natürlich halt ein bisschen doof, dass jetzt jeder wirklich diesen Kopf hat, aber ist jetzt an sich auch nicht so schlimm. Und für 15 bis 20 Euro für 21 Figuren ist das ziemlich preiswert für Star Wars. Also bei Lego wird man da schon viel mehr ausgeben und es ist halt praktisch unmöglich, ne. Erstmal gibt es halt diese Auflage nicht. Also es gibt keine Phase 2 Helm in Lego. Das gibt es halt nur von diesen Extra-Herstellern, ne, die nicht von Lego sind. Und so, dann zeige ich euch halt noch, äh, Commander Wolf. Ihr seht, hat er einen Phase 1 Helm. Also quasi, seine Soldaten haben Phase 2, er hat Phase 1. Und das ist halt so, 21 Soldaten, die zeige ich euch mal sofort. So, es sind jetzt nicht alle Figuren drauf, aber... Es sind jetzt nicht alle Figuren drauf, aber hier haben wir halt die meisten. So, und, ähm, ja, ist ein ziemlich, ziemlich cool halt so mit den Figuren. Also es sind insgesamt, wie gesagt, 20. Ähm, Wolf leider in Phase 1. Also wäre cool, in Phase 2 zu sehen, dass er den gleichen Helm wie die hat. Und, ähm, genau. So, ja, das ist ein ziemlich cooles Pack. Wer halt ein Wolfpack schon immer haben wollte in Lego oder halt für Stop Motion sowas machen möchte, ich kann euch den Link ja mal in die Beschreibung tun. Das findet man auf Ebay, wie gesagt, 25 Euro für, äh, 21 Figuren. Das ist halt ein Euro pro Figur und das ist eigentlich ziemlich preiswert für, äh, Star Wars Produkte, finde ich. Ist natürlich auch von der Qualität her ein bisschen anders, also, aber es ist halt Lego-kompatibel, ne? Ihr seht halt alles, das kann man halt auf Lego drauf machen hier, ne? Also ich hab jetzt hier keinen Platz, aber können wir hier reinstellen. Funktioniert alles einwandfrei auf Lego. Und, ähm, ja, so, jetzt fokussiert es halt nur, so, genau. Ja, genau, ähm, was soll ich dazu sagen? Natürlich keine Pack-Nummer. Finde ich an sich ganz cool. Wenn ihr mehr solcher Videos wollt, ich werde euch auch mal Lego-Sets original vorstellen, die ich halt noch habe von meiner Kindheit und so weiter. Und, ähm, ein bisschen was Neueres auch. Hab da sehr viel, was ich euch noch zeigen kann. Wie gesagt, das ist halt nicht Lego, das ist von DIY, wenn ich mich nicht irre. So hieß das, ich hab da echt nicht auf den Namen, äh, krass drauf geachtet. Schaut einfach in die Beschreibung rein. Und, ähm, genau. Ja, ansonsten, wie gesagt, ganz cooles, äh, Wolfpack-Bataillon. Und, ähm, nicer werden, äh, Wolf, äh, Phase 2 dabei. Aber, kann man nicht meckern. Und, ähm, als nächstes hab ich halt nochmal die 212. mit Obi-Wan Kenobi. Also, das ist dann immer diese eine extra Figur dabei. Und, ähm, ja. Deswegen würde ich sagen, ich hoffe, das Video ist ziemlich, äh, in Ordnung so. Und, ähm, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Lasst gern ein Like da oder schreibt das in die Kommentare. Und, haut rein und ciao.